herzlichen willkommen zurück liebe freunde hier bei manor lords und ich meine herrn haus hallo mein herrn haus ist weg das ist ja ein skandal ich spreche mal ganz kurz okay zurück noch mal laden wieso ist mein herrn haus weg das ist jetzt aber blöd ich wollte jetzt den burgplan eröffnen und burg bauen und jetzt ist das herrn haus nicht mehr sichtbar wieso sehe ich das ist es ist da jetzt sieht man es wieder weg nein oh mein gott nein ich flip aus wieso ist das weg wieso sieht man es nicht ich habe angst sieht man irgendwelche anderen gebäude hier beim marktplatz weiß man es jetzt aber okay da scheint es erstmal alles zu passen okay alle gebäude scheinen da zu sein es scheint alles da zu sein ja ist alles da über das holzverlager gebaut alles tipptopp nur das herrn haus wird nicht angezeigt warum wir das herrn haus nicht angezeigt man okay muss ich das noch mal abreißen vielleicht es gab ein update ich habe gerade das spiel gestaltet und es gab ein kleines update vielleicht es ist da es ist da aber so ein mist okay wisst ihr was ich ich muss noch mal abreißen das geht ja das ist ja voll blöd wenn man das nicht mehr sieht ich brauche es noch mal neu bevor ich jetzt hier irgendwie was halt mal was halt mal ist aber kein stress aber es ist so rum ich will es eigentlich schon naja guck mal was halt so was halt so noch mal Limit erreicht wie Limit erreicht ich muss mal kurz weiter laufen weil er dachte wahrscheinlich dass das gebäude noch existiert ich kann es nicht abreißen weil er denkt dass das noch da ist oh nein 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 oh mein gott nein was passiert hier das wäre jetzt richtig unglücklich das war eine minute vorher ich lad mal den save kurz rein ohje das ist jetzt ähm sehr unangenehm es ist nicht da es ist nicht da ja hier ist hier habe ich das gefolge mal kurz ausgeholt ne das ist jetzt super unangenehm mega unangenehm dass es jetzt nicht mehr da ist und dass es vor allem nicht abreißen kann doch ich glaube jetzt habe ich es abgerissen jetzt ist es weg okay na immerhin dann kann ich es jetzt nochmal neu bauen ja gut die Baumaterialien liegen da jetzt halt noch rum dann ist das jetzt halt so dann baue ich es jetzt halt hier nochmal neu ähm okay ja ähm brauche ich den Castleplaner schon mal ach so na gut ich kann den ja jetzt schon mal nutzen eigentlich den Castleplaner ähm Außenturm Garnisonsturm ah ja genau ich erinnere mich Steueramt genau hatten wir auch schon Mauern und Tore na gut komm dann bauen wir das jetzt direkt Mauern und Tore ja ich verstehe man könnte versuchen so eine runde Burg zu bauen so eine kreisförmige Burg why not eigentlich ah perfekt ja stimmt da hat er gesagt da baut ja direkt das Torhaus mit wird unheimlich viel kosten aber ist okay ich meine so kann man halt auf jeden Fall eine runde Burg bauen mag eine runde Burg mag runde Dinge runde Dinge finde ich toll prinzipiell habe ich Lust an runden Dingen ich glaube ich habe es oft genug gesagt um es zu verdeutlichen dass ich Lust auf runde Dinge habe man kann da echt nur was vor allem also von den oh nein ich habe keine keine Steine oder die Baukosten die sind ja astronomisch ähm aber ja ganz ehrlich ich glaube schon dass ich das so machen werde oder so machen möchte ne darf ich nicht ich darf es natürlich nicht so bauen weil es ja viel zu teuer ist mit alt und linker Maustaste kann ich Punkte entfernen okay ich muss das alles abreißen tatsächlich muss das alles abreißen ich habe gedacht ich kann das schon mal bauen und dann kann ich die Materialien noch produzieren aber ne ne lass mal lass mal gut sein hier dann machen wir das später dann wollen wir jetzt erstmal das Herrenhaus nochmal neu weil anscheinend sehr ärgerlich geht nicht anders wir müssen es nochmal neu bauen ähm ich hatte gesehen ich hatte gesehen wir haben ein neues äh so was ist das hier ach so der Arbeitsbereich ist leer ähm dann machen wir erweitert Arbeitsbereich festlegen ja ich glaube die Bäume die kann ich halt wie gesagt gar nicht wegfällen so meine Beobachtung jetzt zumindest dann mache ich das halt da so okay äh dann hatte ich gesehen Banditenlager wurde entdeckt hier da ganz im Nordwesten ähm ich lasse jetzt mal nicht meine eigenen Truppen das regeln sondern ich lasse das jetzt über eine Söldner-Kompanie machen weil ähm ich jetzt gerade keine Arbeitskraft oder Leute halt insofern verschwenden möchte deshalb kaufe ich mir jetzt die abtrünnigen Söhne das sind halt nur Bogenschütze und die sind mitten im Wald das ist natürlich gerade echt beschissen okay ne dann kümmere ich mich gerade nicht drum ich warte bis neue Söldner-Kompanien verfügbar sind so ein Nahkampftrupp ist halt nötig ich werde jetzt keine meiner eigenen Leute hinschicken weil das Problem ist ich brauche meine eigenen Leute jetzt nochmal um hier das Ding zu bauen außerdem muss ich mal beobachten ähm muss ich mal beobachten wie sich das jetzt hier mit der Ernte ähm ja entwickelt wir haben jetzt hier 28% dabei sollte eigentlich die Fruchtbarkeit auf für Weizen hier eigentlich ziemlich gut sein aber aus irgendeinem Grund also ich weiß nicht ob das normale Werte sind ich bin mir jetzt nicht so sicher für Flax habe ich hier leider gar nicht so gute Werte hier hinten vielleicht könnte ich Flax nochmal machen früher oder später aber Flax ist jetzt nicht so das ultra wichtigste was ich brauche sondern es geht hier halt eher hier um Weizen tatsächlich und für Weizen sieht das hier sehr sehr gut aus dementsprechend habe ich jetzt hier hinten mal kein Flaxfeld angelegt weil ich in den Kommentaren gefragt wurde warum ich das denn nicht gemacht habe ähm oder ob ich denn nicht auf die Fruchtbarkeit achten würde ich habe schon auf die Fruchtbarkeit auf jeden Fall geachtet aber ähm Weizen war mir jetzt in dem Fall einfach in dem Moment erstmal wichtiger boah wie viel jetzt daran bauen da geht das ja richtig schnell hier die nehmen zum Glück auch direkt die Vorräte die hier liegen ist ja im Handumdrehen wieder neu aufgebaut Wahnsinn das geht ja super fast so perfekt da haben wir es schon ist wieder fertig das ging ja wirklich schnell ok gut dann fangen wir jetzt an das Ding auszubauen Burgplaner öffnen also was ich auf jeden Fall jetzt erstmal ich will versuchen eigentlich eine möglichst kleine Burg zu bauen das ist ja eigentlich wäre ja eigentlich so am sinnvollsten Garnison Garnison für 10 Personen Stadteinheiten und Bewohner nehmen herannahmende Feinde unter Beschuss ja Außenturm Garnisonsturm Garnisonsturm was macht der eigentlich Increases Maximal Retires Das ist Retune Ne Retune Wahrscheinlich geht es uns Gefolge dass man das Gefolge nochmal erhöhen kann Steuern wir versuchen da so einen kleinen Innenhof im besten Falle zu bauen, das wäre ja cool Vergrößert sich die Fläche so automatisch. Interessant. Okay, auch cool. Das ist jetzt hier. Obdachlosigkeit. Wieso habe ich jetzt Obdachlose? Diese Leute warten auf eine Fertigstellung einer Hofstätte, verursacht einen Verlust von Zufriedenheit und kann im Winter zu Erfrierungstoden führen. Warum ist er die Obdachlos? Peter, warum ist der Obdachlos? Peter, sag's mir! Deine Alte dich rausgeworfen. Okay, dann bauen wir halt noch ein bisschen Wohnplatz hier. Das ist ja auch cute. Mach ich das so? Nee, mach ich nicht so, das ist ja Quatsch. Dafür habe ich ja extra das Wohngebiet hinten angelegt, dass wir das hier hinten machen können. Ja, da können wir halt Wohnungen selber bauen, aber keinerlei neue, na ihr wisst schon, Hinterhöfe und so. Deshalb mache ich das lieber so hier. Da haben wir vielleicht nur drei, aber dafür mit geilen Hinterhöfen. Let's go. So, ich habe jetzt noch mal kurz auf YouTube geguckt. Ich habe nämlich noch einen Kommentar bekommen von Gimpel1, der hat mir ein paar Sachen geschrieben. Bei einer Jägerhütte musst du das Limit runtersetzen, damit sie mehr jagen. Ansonsten bleibt immer der Bestand vom Limit. Okay. Heißt das aber nicht eigentlich, dass ich den Bestand hochsetzen muss? Also... Ich habe hier in der Nähe ein Jagdgebiet. Da habe ich jetzt hier Hunting Limit 17. Und er sagt, ich muss es runtersetzen. Daher setze ich es jetzt mal auf 10. Okay. Damit sie mehr jagen. Ansonsten bleibt immer der Bestand am Limit. Ich weiß halt nicht so genau. Ich lasse es jetzt mal so auf 10. Ich gucke einfach mal, ob sich das verbessert. Ob wir dadurch mehr Fleisch bekommen. Ähm, ja. Ich habe es jetzt mal auf 10 gesetzt. Genau. Ähm, selbst spielt beim Handelsposten das Limit von der, von den Häuten runtersetzen, damit mehr verkauft wird. Okay. Ja, ich will aber eigentlich halt so ein paar, ähm, paar heute eigentlich da lassen. Aber ich glaube, ich habe eigentlich... Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Materials. Gewünschter Überschuss, dass wir immer bei 24 halt sind. Die Sache ist, man verkauft ja nicht mehr, nur weil man das Limit runtersetzt. Weil das, der Verkauf bleibt ja gleich. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt 24 heute da habe. 23 habe ich jetzt. Und ich setze jetzt mal auf 5 runter. Klar, würde der jetzt auf einen Schlag mehr verkaufen. Aber danach, wenn ich die 5 erreicht habe und die Produktion normal ja weitergeht, die Produktion wird ja nicht erhöht, dann verkaufe ich halt genauso viel ab, wie wenn ich jetzt sage, ich lasse nur 23 da. Ja. Weißt du, und das ist halt, deshalb, ja, ich kann es mal, ich sag mal so, ich brauche es jetzt halt im Moment nicht. Ich setze jetzt mal auf 10 runter. Das heißt, der wird jetzt mit der nächsten Tour wahrscheinlich ein bisschen mehr verkaufen, dass ich auf 10 runter bin. Das wird mir ein bisschen Geld bringen, was ich jetzt im Moment eigentlich gar nicht brauche. Ähm, aber dann ist es halt so, dass die Produktion ja dadurch jetzt nicht erhöht wird und ich nicht mehr abverkaufe. Das ist halt das Ding. Aber ich verstehe, was du meinst, deshalb, ich lasse es jetzt mal auf 10. Okay. So, dann der Vierhandelsposten ist nicht mit der Straße verbunden. Vielleicht löst das das Problem mit deinem Schaf aus. Das ist wirklich vielleicht eine ganz, ganz gute Sache. Das wollte ich nochmal nachgucken. Und da hat er absolut recht. Der ist wirklich nicht mit der Straße verbunden. Und jetzt sollte das der Fall sein. Und jetzt können wir ja mal wirklich gucken. Tatsächlich. Nee, okay, ich dachte, egal. Ich dachte gerade, das Schaf geht jetzt quasi vom Vierhandelsposten zu meiner Weide. Aber das ist leider nicht der Fall. Schade, hätte aber vielleicht wirklich sein können. So, weniger Marktplätze bauen, damit einer voll gefüllt ist mit Bestand, damit mehr Häuser versorgt werden kann. Ähm, da habe ich Unterschiedliches gelesen. Also ich habe auch Leute gelesen, die gesagt haben, du musst nähere Marktplätze an den Häusern bauen. Also weil das heißt, es ist ja so, dass ein Marktplatz versorgt ja die nächstliegenden Häuser um sich herum. Das heißt, wenn ich hier einen Marktplatz habe, der hier, der kann in einem gewissen Radius halt Häuser versorgen, aber Häuser, die weiter weg sind, wie zum Beispiel die da hinten oder die hier halt, wie es ja in der Weide der Fall war, werden nicht versorgt. Also da, ähm, war jetzt meine Beobachtung auch eher, dass das so ist, dass ich Marktplätze eher mehrere bauen muss, die ein bisschen verteilter sind, damit das halt funktioniert. Also ich, äh, jetzt sieht das ja auch alles noch soweit ganz gut aus, aber du siehst hier schon, ne. Ich habe halt hier einen Marktplatz und hier hinten einen Marktplatz und hier hinten ist alles versorgt und hier unten ist irgendwie nichts versorgt, so richtig. Also, und das, obwohl die Häuser näher an dem Marktplatz dran sind, als die Häuser hier hinten. Deshalb glaube ich eher nicht, dass ein zentraler Marktplatz alle Häuser versorgt, ähm, das liegt eher an dem Radius und, äh, ein Marktplatz kann nur einen gewissen Radius halt versorgen. Also, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich das halt auch gelesen, ähm, dass das so ist. Hier, ähm, bietet den zugewiesenen Familien einen Platz, auf dem sie Marktstände errichten können, um ihre jeweiligen Produkte an die Hofstätten zu verteilen. Ein gesundes Verhältnis von Angebot und Nachfrage waren es notwendig, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen. Deswegen wurde es Frieden auf einem höchsten Schatzhalt. Okay, ähm, ich, ich hab das auf jeden Fall irgendwo gelesen. Ich hab's definitiv irgendwo gelesen, dass man eben, ähm, ja, dass erstmal die Gebäude versorgt, ich glaube, am Anfang, im Tutorial hab ich's gelesen, dass erstmal die Gebäude versorgt werden, die am nächsten halt sind, die am nächsten dran sind. Genau. Ähm, so war das. Und, äh, ich hatte auch noch einen Kommentar gelesen, wo gefragt wurde, ob, ob die Wirtschaft nachlassen würde, wenn man Soldat, also Männer, zu den, zu den Waffen halt ruft und dann kämpfen lässt, die Miliz kämpfen lässt. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Ich hab da jetzt noch nicht so richtig rausgefunden, ob und wie das der Fall sein könnte. Das müsste ich nochmal weiter beobachten. Also so richtig sicher bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So, ich kauf mir jetzt aber auf jeden Fall nochmal hier ein, äh, was hab ich mir jetzt gekauft? Ein Pferd hab ich mir jetzt gekauft, na gut. Dann hab ich mir jetzt da ein Pferd gekauft. Schön, schön. Und ich setz hier mal weitere Familien rein, die das Ding hier betreuen. Ich würd hier auch nochmal eine Familie in den... Ah, guck mal. Da ist jetzt ein weiterer Marktstand dazugekommen. Wenn ich jetzt hier weitere Familien in die, in die Stände setze, dann bauen die auch mehr Marktstände auf. Guck mal. Na, das ist ja ein Ding. Hier ist jetzt auf jeden Fall ein weiterer Marktstand entstanden. Die hier sind jetzt eh voll ausgelastet, also hier passen gar nicht mehr hin. Aber hier hinten halt, ne? Cool. Fresh meat, get your fresh meat here. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind immer noch im August, also ich glaub Ernte, ähm, wird hier eh erstmal später sein. Hier ist halt jetzt Gerste angebaut, aber die ist bei 32% und der Weizen ist bei 34%. Ich glaube, man sieht im Moment jetzt einfach noch nicht diesen Wachstumspunkt. Ich glaube, der muss noch reingepatcht werden. Bin ich mir so nicht so ganz sicher. Ja, und die Felder hier, die werden dann nächstes Jahr wichtig werden. Die hat ich jetzt nur erstmal angelegt schon. So. Wird jetzt das Steueramt hier gebaut? Ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier Steuern erhebe, bin ich mir relativ sicher, dass ich dann selber Steuern zahlen muss. So, ach, guck mal. Gebäude ist fertig. Brennholzstand ist jetzt fertig. Die haben hier neue Stände aufgebaut. Guck mal hier. So, die Höfe sind jetzt auch durch. Das heißt, hier können wieder auf jeden Fall jetzt neue Familien rein. Toll, toll, toll. Alter, Junge. Okay, das war, glaube ich, der Verkauf von den Häuten, nehme ich mal ganz schag an. Weshalb das jetzt nochmal hochgepeakt ist. Ich fände es ja schön, wenn die hier unten noch ein paar Stände aufbauen würden. Wenn wir die Region hier ein bisschen besser versorgt. So. Okay, damit haben wir die Steuerstube fertig. Ich frage mich jetzt halt wirklich, wie das mit den Steuern funktioniert. Kann natürlich sein, dass das vielleicht noch nicht funktioniert. Hier gelagerten Waren. Ach, da liegen jetzt Steine. Ach so. Okay. Steuern, hier. Ah, guck mal. So, Grundsteuer könnten wir vielleicht erheben. Voraussichtliche Zufriedenheit. Guck mal. Handelssteuer, Söldnersteuer, Bürgersteuer, Bannrechte. Okay, wir gucken uns das nochmal durch. Ich würde aus, ähm, ah, okay, also genau. Es gibt Regionsvermögen und dieses Regionsvermögen wandert dann quasi in meine Schatzkammer. 10. Die Kirche hält einen Anteil in überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug euren Einfluss. Hier. Aber wir haben so viel Einfluss. Ich weiß nicht, brauchen wir einfach im Moment gar nicht. Handelssteuer. Ich mach mal 10%. 10%. 10%. Also ganz niedrige Steuern, um hier meine Schatzkammer zu füllen. Okay. Weiter geht's. Was bauen wir als nächstes in Burgplaner? Wir könnten als nächstes mal hier so ein Garnisons-Turm errichten. Ich hätte den eigentlich ganz gerne hier gehabt. Wow. Was? Der ist sofort da? Reset. Ah, doch. Ich darf den... Darf ich den noch drehen? Wie drehe ich den? Das ist hier im Tutorial noch nicht erklärt. Ich weiß nicht, was dieser schwarze Punkt ist. Hahaha. Blöd. Ich kann's nicht drehen. Wie kann ich's drehen? Rechte Maustaste geht nicht. Linke Maustaste geht nicht. Mittlere Maustaste geht nicht. Shift. Alt. Alt vielleicht? Ah, mit Alt kann ich... Ah, mit Alt kann ich's wegmachen. Aber ich darf's, glaube ich, noch nicht drehen. Das ist ja ein Ding. Ich darf das Gebäude hier nicht drehen. Das ist, äh, unmöglich. Hm. Was mache ich denn das jetzt? Gut, ich könnte's halt so hier platzieren. Straßenverbindung gesperrt, aber das ist ja kein Problem. Oh nein, jetzt darf ich... Hahaha. Das ist ja schrecklich. Das ist ja unangenehm, dass ich diesen Turm noch nicht drehen darf. Aber gut, dann ganz ehrlich, baue ich ihn halt so hin. Das passt ja eigentlich. Der steht halt sofort da, ne? Ich kann den nicht. Der wird nicht gebaut, irgendwie, in dem Sinne. Und ne Straße gibt's halt auch noch nicht so richtig. Okay. Mach mal kurz mit. Achso, nee, der muss doch noch gebaut werden. Aber das ist ja witzig. Haha. Okay. Gut. Hier die Vorräte können sie vor allem mal hier wegholen. Der Sägegrube. Ja, ich glaube, ich muss hier wirklich voll machen, ne? Damit hier dann auch mehr Stände entstehen, glaube ich. Junge, ich habe so viele Beeren. War einfach absolut kein Fleisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Dieses Forsthaus, das war bisher das Gebäude, was ich am wenigsten genutzt habe. Pff, der ist ja auch geil. Die Berries sind aus, ne? Okay. Hier sind weitere Zelte entstanden. Dadurch, dass ich das Lagerhaus und den Speicher besetzt hatte. So, hier habe ich überall Ziegen. Hier kann man nichts machen. Hier könnte ich jetzt nochmal sagen, dass wir hier vielleicht... ...Gemüse jetzt nochmal machen. So. Okay, ich habe auch gesehen, neue Söldner-Kompanie verfügbar. Ist das Banditenlager noch da? Das ist noch da. Perfekt. Dann hole ich mir die jetzt mal. Ah, das sind wieder nur diese abtrünnigen Söhne. Das sind halt nur Bogenschützen. Das ist halt blöd. Ich will halt nicht nur Bogenschützen halt haben. Gegen im Wald kämpfende Banditen. Das ist ein Nachteil. Also, ich will da lieber auf Nummer sicher gehen. So, jetzt haben wir September. Jetzt hat die Frage, wie weit ist dieser Weizen jetzt schon? Sieht gar nicht gut aus. Ich glaube... 39%. Ich weiß nicht, wann genau Ernte ist, ehrlich gesagt. Ob das irgendwo steht. Ach, einzäunen. Entwicklungszweig Dünger fehlt. Warte mal. Entwicklungszweig Dünger. Hier. Neue Verbesserung 1, 2. Ermögt die Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide, wodurch die Fruchtbarkeit besonders schnell regeneriert wird. Ach ja, das ist ja auch noch so ein Thema gewesen, ne? Die Fruchtbarkeit-Regenerierung. Dann werde ich die beiden Felder mal nächstes Jahr brachliegen lassen und dann hier die Felder mal nutzen. Hier sind immer noch Waren. Steine? Fünf, die da jetzt nicht verwendet werden können. Und hier, was ist hier? Ach so, das Lager ist voll, ne? Interessant. Kann ich hier nochmal hier noch ein weiteres Tier hinzufügen? Ne, ne? Kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, euch gebe ich jetzt mal irgendein Tier, damit ihr hier die Sachen weiter reinlagert, schneller reinlagert, ne? Vieh-Bestand. Lean-Heart ist hier drin, okay. Ich kann hier auch nur ein Vieh hinzufügen. Warte mal, der Rennofen. Sekunde. Ich importiere ja, glaube ich, noch... Eisenerz, genau. Okay, solange das so ist, dann ist es ja okay. Okay. Ist ja die Frage, ne? Ich glaube, der Turm wird jetzt noch nicht gebaut, ne? Oder wird gar nicht gebaut, wenn ich das richtig sehe. Ich mach mal schneller, einfach mal, um zu gucken, ob hier Leute hingehen und das bauen. Doch, da kommen Leute hin. Doch, doch, das wird gebaut. Okay. Gesetz verfügbar. Halt, Stopp. Gesetze verfügbar. Ah, da muss ich wahrscheinlich im Herrenhaus klicken, nicht, Idiot? Allgemein? Nee. Ach, weil gerade gebaut wird, deshalb kann ich da jetzt nicht reingucken. Na gut. Ah, guck mal, jetzt ist hier Ernte, glaube ich, ne? Jetzt ist Erntephase. Gut, es ist nicht sonderlich gewachsen, aber mal gucken, wie viel es halt bringt. Bisher acht. Acht Stück. Das ist doch immerhin was. Pass auf, da können wir jetzt hier mal eine weitere Bauernfamilie oder zwei vielleicht sogar hinzufügen, die da jetzt mithelfen. Um die Ernte hier vielleicht ein bisschen schneller reinzubringen, damit da nix davon jetzt verfällt oder sowas. Und hier wird der Turm gebaut. Ach, warte mal. Was ich ja auch nochmal gucken wollte. Hier. Sag mal, ernte ich den Lehm überhaupt richtig ab? Pff, ich glaube, ich habe noch gar nix bekommen von dem Lehm. Ich habe noch nichts gesehen davon. Liegt im Lagerhaus Lehm? Ich glaube, hier liegt gar kein Lehm drin, oder? Ich glaube, ich... Was passiert denn mit dem Lehm? Gar nix, ne? Das ist ja auch wild. Pass auf, ich baue jetzt einfach mal... ... hier einen Brennofen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, ich will wissen, ob das Leben da drin verarbeitet wird, weil eigentlich farben die das Leben da oben ab. Packesel gibt es auch noch als Tiere. So, Weizen ist jetzt komplett abgeerntet, glaube ich. Und auch Bogen ist jetzt komplett abgeerntet. Okay. Don. Das heißt... Die müssten jetzt hier quasi... Wenn ich das richtig verstanden habe... Ja, die sammeln noch? Okay. Aber die müssten jetzt hier quasi dann das dreschen. Und dann wird es hier in der Windmühle verarbeitet. Eine Familie setze ich mal hier rein. Das ist jetzt Müller. Mal gucken, da muss ich das mal beobachten, ey. Ui, der Turm... ... wird schon gut gebaut hier. Can't find space for weapons storage in der Schmiede. Ja, also, ich fände es jetzt halt cool, wenn ich jetzt halt über den Winter dann die Schenke bauen könnte und eine Brauerei und so. Hier warte ich jetzt erstmal noch. Ah, guck mal, hier ist jetzt Lehm. Klasse, okay. Das heißt, der Bau des Brennofens, damit ich Dachziegel herstellen kann, damit ich die Kirche ausbauen kann, kann er jetzt auch mal losgehen. Hier brauche ich halt Stein und Dachziegel dafür, zehn Stück. Ah, bitte sag... Ja, okay, sie nehmen von hier aus Holz. Das ist doch super. Das wird der Abort hier. Haha, geil. Schön. Ja, das wird eine kleine Festung. Ich mache das jetzt nicht so mit so einem großen Rundpalisadenweil, sondern ich versuche es ein bisschen kompakter zu halten. Ich glaube, dass das halt auch ein bisschen realistischer ist. Und vor allem kosteneffizienter, kostengünstiger. Sind eigentlich neue Söldner-Trupps verfügbar? Außer diese blöden Bogenschützen? Ne. Andere Söldner gibt es im Moment einfach nicht. Aber ich will jetzt hier keine Bau... Ähm... ...keine Milizen und Bauern und so abrücken lassen. Was wir auch mal machen können bei Gelegenheit, wir können mal wirklich hergehen und dann mal eine... ...ein Gebäude mal... Ach so, nicht Stufe 3, kriegen wir die eh nicht. Aber wir bräuchten Dachziegel. Und außerdem müssen wir erstmal die Bedürfnisse erfüllen. Also bevor wir hier Häuser auf Stufe 3 hochziehen, müssen wir erstmal Bedürfnisse erfüllen. So, hier könnte man jetzt sagen, brach. Legt das brach und legt das hier auch brach. Und da ist jetzt halt wirklich die Frage... Ach guck mal hier, Korn, Gerste, Weizen. Sehr gut, also die dreschen das anscheinend. Oder das wird vorbereitet, damit es quasi hier in der Windmühle weiterfahre wird. Ich muss das diesmal beobachten. Ich hab's letztes Jahr, hab ich's irgendwie verpasst ein bisschen, ehrlich gesagt, das zu machen. Das richtig zu beobachten. Und, ähm, ja, mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Dass ich hier dann im Gemeinschaftsofen dann da Sachen herstellen lassen kann. Aber du bist ja ans Straßennetz angeschlossen, oder? Ja, doch müsste. Müsste auf jeden Fall angeschlossen sein. Okay. Brennofen ist fertig, klasse. Das heißt, eine Familie lasse ich da direkt mal drin arbeiten. Die brauchen auch Brennstoff, auf jeden Fall. Aber am Brennstoff soll es nicht scheitern. Wir haben 600 Brennholz. Und die Köhler machen hier auch gut. Guten Job. Okay. Eine Familie baut jetzt also quasi hier noch die... das Herrenhaus weiter. Neue Söldner-Kompanien verfügbar. Was haben wir denn diesmal? Wieder nur die blöden, abtrünnigen Söhne. Boah, ich will die nicht anheuern. Bogenschütze im Wald. Ich glaube, das ist absolut ineffizient. Wir haben unsere kleine Burg hier. Schön. So einen kleinen Innenhof hier und so. Das wird schön. Schön kuschelig und klein. Ah, guck mal. Hier haben wir jetzt Korn tatsächlich. Hier wurde jetzt Korn eingelagert. Und das Korn wird doch jetzt garantiert zur... Ja, genau. Das wird hier hergebracht und verarbeitet. Genau. Ah, jetzt haben wir hier Mehl. Perfekt. Zwei Korn sind vier Mehl. Also es wird quasi verdoppelt. Okay. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ihr seid noch nicht fertig mit Dreschen, ne? Ihr seid noch voll dabei. Okay. Wenn ich hier... Sobald hier im Speicher Mehl liegt, sobald hier Mehl drin ist, dann werde ich erst den Gemeinschaftsofen aktivieren. Und dann beobachte ich, ob die da halt Brot herstellen und ob das Brot dann auch wirklich hier bei der Nahrung drin liegt. Das wird dann auf jeden Fall wichtig werden. So. Wie gesagt, ich meine damals in der Demo schon so eine kleine, hölzerne Bastion mit Palisade und Co. gebaut haben zu können. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Brauchen wir es immer ganz kurz. Denn... Ich habe ja irgendwie gesehen... Achso, Gesetze. Gesetze sind, glaube ich, hier oben. Ich Idiot. Okay. Also Jagdrevier. Wilde Tiere und üppigen Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort. Allerdings liefern Feldfrüchte um 15... 50% weniger Ertrag. Ne, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Strenges Fassen, die Bewohner. Lassen jede fünfte Mahlzeit aus. Reduziert den Nahrungsverbrauch. Senkt aber auch die Zufriedenheit. Ja, ich mache da jetzt mal nichts von. Also ich würde mir das vorbehalten mit der Nahrung vielleicht. Dass die Leute halt jede fünfte Mahlzeit auslassen. Wenn mal der Moment kommt, wo wir dann doch mal nahrungstechnisch nicht mehr so gut nachkommen. Dann würde ich sagen, okay. Dann lass das so machen. Aber jetzt im Moment ist das einfach noch nicht der Fall, dass wir das machen. So, die Felder sind jetzt erstmal alle brach hier. Genau, perfekt. So, sehr gut. Das heißt, nächstes Jahr werden hier auf jeden Fall große, üppige Weizenfelder entstehen. Vielleicht auch Gerste 1, Gerste 1, 1 Weizen. Mal gucken. Genau, hier wird schön Mehl produziert. Wunderbar. So, wie es sein soll. Und hier haben wir jetzt auch noch schön Gerste. Wobei, ich glaube, warte mal. Ich glaube, die Gerste wird ja gar nicht groß weiterverarbeitet. Die Gerste kann ich ja direkt in die Melzerei bringen. Genau. Dafür brauche ich eine Melzerei. Bauen wir jetzt mal. Ah, die kann ich da schlecht bauen. Platztechnisch ein bisschen blöd gemacht hier. Aber dann baue ich die Melzerei hier. Weil, wie gesagt, die Schenke will ich hier platzieren. So am Waldrand. Das fände ich irgendwie hübsch. Was brauche ich eigentlich für die Färberei? Beeren brauche ich da bloß, um Farbstoff herzustellen. Ach so. Wie gesagt, ich will halt, ähm, die Schenke. Hm. Bin ich blöd? Wo finde ich jetzt die blöde Schenke nicht? Jetzt finde ich die verfluchte Schenke nicht. Pin-Haus? Ich. Hä? Wo ist denn jetzt die Schenke? Ich bin doch ganz sicher, dass ich schon mal eine Schenke in der Hand... Ah, hier. Taverne, genau. Genau, die will ich halt hier platzieren. So hier. Das ist perfekt, wenn ich die so platzieren kann. Das würde halt auch nochmal die Zufriedenheit, glaube ich, stark steigern. Und natürlich hier in den Häusern, den Bedarf in den Häusern halt. Hier. Taverne. Und ich muss, wie gesagt, auch nochmal die Kirche ausmachen. Gibt es da jetzt schon ein paar Dachziegel, theoretisch? Habe ich denn schon Dachziegel bekommen? Ja, tatsächlich. Dachziegel. Eine bisher. Aber es ist gut. Sehr gut. Das lübt der Hase. Also die Gerste wird natürlich nicht weiter verarbeitet. Die Gerste bleibt Gerste. Aber hier wird Mehl hergestellt. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Haben wir jetzt schon hier im Speicher... Ach, hier im Korn... Großer Kornspeicher liegt mir jetzt. Okay. Cool. Dann warte ich jetzt noch, dass eine Familie jetzt noch dazu kommt. Und die neue Familie, die reinkommt, die werde ich dann quasi für... Eben die... Den Ofen, den Gemeinschaftsofen mal reinsetzen. Und dann mal beobachten, wie das sich mit der Nahrung verhält. Ich muss sagen, Nahrung war bisher nie so ein großes Problem. Nahrung ging bisher echt gut. So, was könnten wir da jetzt noch bauen? Wir könnten jetzt hier noch einen Außenturm bauen. Der ist aber wirklich ein bisschen klein. Und ich weiß immer noch nicht... Gedrückt halten vor dem Platzieren, um zu drehen. Ah, doch, wäre ich ein Idiot. Okay, also es geht tatsächlich. So, dann baue ich das mal so. Und ich baue... Hier noch einen Turm. Und hier. So, dann haben wir so eine Dreiecks-Verteidigung so ein bisschen. Ja. Einen Turm in die Richtung, einen in die und einen hier runter Richtung Dorf. Und der Turm, da denke ich mir jetzt mal, da kann man bestimmt auch ein bisschen was mit machen. So, wobei ich sehe gerade, ähm... Ich muss ein paar wieder wegmachen. Weil ich die Kosten gerade nicht tragen kann. Ich kann nicht mal den gerade bauen. Okay, alles klar. Mir fehlt normales Holz und Steine fehlt mir. Okay, da kann ich jetzt im Moment da gerade nicht weitermachen. Aber nicht schlimm. Äh, wir importieren einfach Steine in etwa etwas höheren Zahlen. Kein Problem. Wir sagen, wir importieren Steine auf 30 hoch. Genau. Okay, dann machen wir das so. Ich meine, wie gesagt, jetzt erstmal... Haben wir erstmal ein bisschen jetzt eine Grundlage gesetzt mit der Burg und... Oder der Verteidigung halt, ne? Und jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Ach, hier hinten habe ich ja gar niemanden drin. Neh, ich nehme hier mal einen raus und setze hier mal einen rein. Ja, also Geld wächst mittlerweile sehr gut. Ah, die klauen mir halt Brennholz, die Banditen, in der Nähe. Gibt immer noch keine neuen Kompanien, ne? Boah, ist das blöd. Ach, komm, weißt du, was ich heuer die jetzt einfach an? Die Abtrünnigen. Wo sind die jetzt? Wo kommen die jetzt? So, ich muss erstmal vielleicht das Spiel weiterspielen. Lassen. Laufen lassen. Das ist natürlich auch Blödsinn, die mir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen da klauen. Deshalb müssen die jetzt dann doch weg. Dann lasse ich das halt die Bogenschützen mit Shira-Masse-Regeln. Die gehen da halt rein, die haben bestimmt auch ein paar Nahkampfwaffen dabei und kloppen die dann da weg. Das kann ja nicht so schwer sein. Wo seid ihr denn? Von wo kommen die denn jetzt? Von hier, ach so. Okay. Okay. Die sind ja jetzt eine Weile unterwegs, aber das ist nicht schlimm. Mein anderer, mein Nachbar kann ja keine Söldner anheuern. Dementsprechend passt das ja. Und vielleicht kann ich auch die Banditen rauslocken, ehrlich gesagt. Die werden da bestimmt aus dem Wald auch mal rauskommen. Und dann hier auf dem offenen Feld wahrscheinlich kämpfen. Okay. Aber bis die da angekommen sind, würde eh noch ein bisschen Zeit vergehen. Das ist ja nicht schlimm. Und ja, genau. Ich hoffe jetzt, dass dann gleich nochmal, wie gesagt, eine Familie reinkommt. Mehl sieht gut aus bis hierhin. Wir haben eigentlich soweit alles verarbeitet. Klasse. Okay, dann kann ich hier mal eine Familie rausholen. Und die eine Familie, die ich jetzt hier raushole... Hier liegt hier Mehl drin. Ja, ein bisschen Mehl liegt hier drin. Dann packe ich jetzt mal hier eine Familie in den Gemeinschaftsofen. Und in der nächsten Folge beobachte ich den Ofen mal. Und schaue mir mal an, ob das funktioniert. Ob das richtig funktioniert mit dem Ofen. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Mannerlords. Macht's gut, bleibt gesund. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ciao.